... kann dann alle unterstützen, die Soundbarrier auf beiden Seiten und dann durch viel effektiver AP, aber Karambo mit dem Dev Blossom holt hier einfach mal alle auf einer Stelle. Am Anfang, das ist super wichtig, Prime liegt jetzt zwar nochmal am Next-Mill, aber wird direkt der Sneak gefällt, also Prime, das ist super wichtig. ... noch nicht auf, denn er hat immer noch seinen Blade und er hat auf jeden Fall auch schon die Blutkills gesorgt. Das Schwert ist da, aber reicht's auch für die Kills, beide Supports mit nur einem Schwung. Raven ist noch ziemlich nah dran, versucht mit seinem Shatter nochmal die Sache umzudrehen. ... hat Massi auch mit dem Blade, hat die Augen auf der Mercy auf Sorchuk, aber nimmt sich einfach mal Niff, der wieder entgegenfliegt. Nein, nun gehen auch direkt los zum nächsten Fight, aber Massi, guck, guck, der ist einfach hinter dem Team mit dem Rip-Tire und nimmt sich wieder einen nach dem anderen. Kilicho muss auch dran glauben, KVN kriegt ihn in den nächsten Endshot, is no good, ist einfach komplett grandios gerade. Erstmal nicht durchkommen, da tickt Bro, schon wieder da. Wir werden hier rausgehauen und TB2K mit der Rocket Brush, das sind einfach mal drei Kits, das ist der vierte. ...